Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu... Moment, Moment. Pixelmon? Pixelmon? Hose? Pixelmon? Hallo, Pixelmon. Mit Hose und Hululia? Ihr habt doch nicht gedacht, dass wir alles gewichsen. Nein, natürlich nicht. Wir sind doch nicht so fies und hören einfach mit Pixelmon Staffel 2 auf. Einfach so, mit einer total dämlichen Verabschiedung, die total herzlos war. Ohne, dass wir unseren epischen Kampf von Staffel 1 nochmal aufleben lassen, den wir hatten zwischen Mew und Mewtwo. Ja, aber diesmal haben wir jeder vier Legendäre. Vier Legendäre. Wir spielen wieder Best of Three, gehe ich mal von aus. Best of Three, ja. Okay, 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 okay. Welches soll ich nehmen zuerst? Du darfst wieder aussuchen, 1 bis 4. Ich weiß es gar nicht. Ja, ich würde sagen 1. Oh, das wirst du bereuen. Okay. Dann nimm du auch Nummer 1. What? Oh, scheiße, ist das überhaupt nicht laut. So, jetzt. Okay. Okay, zur finalen, letzten Folge. Accept. Accept. Oh, exerting its pressure. Beide pressern sich gegenseitig und mein Mewtwo wandert einfach weg, ohne sich zu bewegen. Ähm, 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 ähm. Wow, das hat tatsächlich ein bisschen, ja, das hat auch ein bisschen. Ich versuche mal das, weil das war immer voll geil, die Attacke, also bei anderen Pokémon. Du hast die, was, du hast die Oh shit son Ich habe eine Attacke vorher gesagt Die trifft dich, keine Sorge Naja Oh no Ich bin Gott sei Dank schneller als du Fast ein bisschen weh Oh shit bin ich nicht Oh ich hätte nicht Eishat nutzen sollen Hättest du wirklich nicht, ja Das hat nicht Okay You two darf nicht sterben Oh Schmock Gott sei Dank habe ich den Hardcounter Ja es war klar Oh bitte sag mir nicht Der Minecraft Regen geht jetzt an Okay gut Oh shit Wieso kannst du sowas Weil ich es kann Was es regnet Weil du Boah das ist gemein Ja Das heißt Wasserattacken sind stärker Hahaha Aber ich habe bei der Macht aus der Sonne gezogen Ja hast du Oh scheiße Äh schnell regnen Oh wird das knapp Wird das knapp Wird das knapp Wird das knapp Oh das ist nicht cool Haha Seetang Los geht's Seetang Der Himmelsseetang Ich mache einfach mal das da Okay Zapdos Go Die Vögel sind überhaupt nicht nervig mit ihren komischen Rumgeschreien Gar nicht Gar nicht Gar nicht Gott sei Dank gibt es Attacken die einem auch in der Luft treffen Was Ich glaube Donner und sowas kann ich auch in der Luft treffen Hier Ähm 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 Das da Woah Ripped Headphone User Hahaha Entschuldigung Oh scheiße Ich habe vergessen dass dein schneller war Okay Ja dann wird jetzt Seetang gegen Seetang Seetang gegen Seetang Was könntest du Ich mache mal das da Das geil ist ja weil wir wahrscheinlich ganz unterschiedliche Attacken haben Wieso bin ich Achso Ähm Das Dragon Dance gemacht? Ja Ich wollte mich ein bisschen buffen Ah Toll Hat äh geklappt Äh Ja Fand ich gut Ähm Oh Ähm Okay Groudon Ähm Das da Weil Feuer ist Feuer ist Tod Verlust Feuer ist Feuer ist Tod Hahaha Sehr schön Verlust Das große Finale Mew Amnesia Ancient Power Oh scheiße Ancient Power war nicht so Power wie ich gedacht habe Okay Special Defense Da ist ja gar nichts passiert Dann brauche ich eigentlich Körperkontakt Du hast deine Special Defense hochgebraced Das war ja jetzt nicht so geil Mew Versag hier nicht Wie Thanos geflinscht Was 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 Ich air-slash dich aus der Luft Was Oh komm schon Air-slash 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 Was Okay Das war jetzt Leider nicht so geil Okay Okay Das nächste Mal wird besser Pass auf Das nächste Mal wird besser Ich habe arguably Tatsächlicherweise aber auch Einen leichten Vorteil Dadurch dass ich Kyogre und du Groudon habe Weil die sich ja gegenseitig irgendwie auscountern Fällt mir gerade so auf Aber ist okay So Habe ich mal alles Alle Pokémon ein bisschen durchgetauscht Ach die Reihenfolge oder was Ja klar So soll ich vielleicht auch machen Ja Äh Okay Welche Mit welchem soll ich anfangen Fünf Das wäre wieder eins dann Äh Drei Drei Das müsstest du bereuen Du fängst dann bitte auch mit drei an Ah 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 Fuck Du kannst aber einfach F drücken Während du das andere Pokémon angreifst Äh anguckst Ne Binden sich jetzt und dann Wirklich nicht Ne Das ging mal Okay 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 Ähm Das What Es ist Mewtwo Was hast du erwartet Das Mewtwo ist scheiße Mewtwo ist wie Mew nur geiler Gar nicht wahr Gott ist das Ja doch Critical hit Critical hit Ich mag nicht mehr Oh Oh scheiße Oh scheiße Das Sunlight ist immer noch bright What Alter was geht mit dir Mewtwo OP Ähm Mewtwo echt OP Ja Mewtwo echt OP Pack das weg Oh Ich glaub du packst das gleich weg Waaah Shit Outrage ist mies Alter Outrage ist richtig mies Ich hab halt schon wieder nix mehr Ne Ich hab halt schon wieder nix mehr Miente Oh scheiße Du bist irgendwie voll No life Was ist da los Outrage ist da los Ja dann Waaat Verarsch mich nicht Wie du hast sie geheilt Nein Weißt du was ich mach Ich mach das bis ich volles Leben hab Nein Spannendstes Battle in der Geschichte Der Pokémon Battle Nein Oh scheiße Yes Super Effekte Super Effekte Super Effekte Oh nein Du bist Boden Nein Oh 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 Sehr gut Nochmal Hose bitte Oh Okay Rayquaza 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 Äh Das da Weil Ja 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 Erruption Waaat Wasn't very Aber das ist doch so grün Das No Airslash Ich kann Achso ich kann den nicht mehr einsetzen Der Tuck kann Geht nicht mehr Okay Ähm Hast du die AP aufgebracht oder was Hm Mouhaha Herr fett den Scheiß auf Fliegen Flieg dich auch gleich What Flieg dich ins Knie Äh flieg dich ins Knie Meine ich Genau Und jetzt kommt wieder mein Sehr starkes Pokémon Das sehr stark ist Du Du bist Mew Fan Ich bin Mew 2 Fan Au Da ist noch ein bisschen Amnesie Amnesie macht auch Achso das ist nur deine Defense Okay Ja aber da stand doch irgendwas von wegen Dass es auch Schaden macht Das macht gar keinen Schaden Nein das macht keinen Schaden Oh Und nochmal Komm schon Ah du hast geflincht Nochmal Au Ah wo ist der Attack Sehr gut Oh scheiße Ich hab nur noch Kaiokri Ja und das Aha Ah itzebeam Oh Wui Oh Kritiker Oh 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 Vielleicht war das gut Dass ich Amnesie vorher benutzt habe Oh Eventuell Oh das wird Oh kacke Ich hab die falsche Attacke gemacht Aber die einen kommen, eine Runde überlebe ich noch, dann kann ich die andere nehmen. Sicher? Ja. Come on. Shit! Oh! Was ein Kampf! Oh mein Gott! Okay, okay. Zweite Runde ist für mich, ne? Wirst du Bescheid? Okay, okay. Wir haben einen Finalkampf, so wie es aussieht. Vielleicht sind die Teams doch balancierter, als ich dachte. Ah, und wir hatten doch so gemeint, boah. Ne? Wäre ja voll doof, wenn man nur einmal und so. Ja, ja. Achso, ja, Pokémon kurz durchwechseln. Ja, ich bin nur Kuchen. Okay. Du nimmst diesmal Nummer 4. Du auch! Das wirst du bereuen. Warum ist dein Pokémon immer Mewtwo? Du wählst das aus. Du verarschst mich doch! Ich habe den Videobeweis. Die Zuschauer werden es dir bestätigen. Ich verarsch dich wirklich nicht. Sondern das ist... Du wählst immer Mewtwo aus. Du verarschst mich? Nein, ich verarsch dich wirklich nicht. Oh, scheiße. Ah, ich verarschst mich. Ich verarschst mich. Was macht er? Ja, es hat wehgetan. Aber nur ein bisschen. Das hat ganz schön weggekommen. Das hat gewollt, das ist schwer getan. Oh, das auch. Das aber auch. Ah, das hat aber richtig. Okay, Mewtwo ist schon mal weg. Das ist... Jetzt habe ich gewonnen. Sehr gut. Hast du? Ja. Discharge. Was? Scheiße. Okay, 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 okay. Let's do this. Ich habe ein Déjà-vu irgendwie. Willst du mich verarschen? Aber ich habe auch ein Déjà-vu. Ja. Weil ich weiß, dass das dann noch voll wehgetan hat. Ja. Scheiße, ein Leben habe ich durch. Ein verschissenes Leben. Das Pixel-Life. Das Pixel-Life. Ah, shit, ich mache immer denselben Fehler. Blitz gegen Boden. Ich bin verblödet. Oh, du konntest nichts machen? Cool, dann tauschen wir doch mal. Dann mache ich das mal. Erdbeben! Oh, scheiße. Ich glaube, Erdbeben ist das Einzige, was gegen Kyogu richtig mies ist. Mewtwo hat die Attacke schon wieder vorhergesehen, im Übrigen. Schon wieder? Ja, ja. Mewtwo ist tot. Der ist doch schon tot. Wow! Ja, also... Hat eventuell wehgetan. Alter, geh mir auf die Nerven. War Eis nicht gegen Eis gut? Nee, offensichtlich nicht. Aber Eis war gegen Eis okay. War Aqua gegen Eis gut? Oh, das war gar nicht gut. Oh, das war ganz okay. Oh, das war ganz okay. Mewtwo forsy, die ganze Zeit ein Attack. Es regnet schon wieder. Oh, du hast auch Ruus. Are you shitting me? Stimmt, ich kann mich ja auch heilen. Wechseln hier. Oh, nein! Nein! Ich bin verblödet. Ich bin der dümmste Pfosten in Dummhausen. Oh mein Gott. Das hat ein bisschen wehgetan. Bitte sag mir, ich bin schneller. Bitte sag mir, ich bin schneller. Bitte sag mir, ich bin schneller. Yes. Warst du mich jetzt? Jetzt. Alter, wie lange will Mewtwo noch eine Attack Force seiten? Ich weiß es nicht. What? Okay, okay. Du hast ja immer noch... Oh, nein. Mewtwo ist schon tot und du hast noch Mew? Are you shitting me? Mew ist schneller als Tapas. Mew, mach das jetzt! Mew hat das gemacht! Ich habe nur noch Kyogre und das ist schon fast tot. Du hast ja noch eins. Ja. Oh, das war bestimmt so eine Attack. Oh! Komm schon, Mewtwo. Die Attack, die du forsyen hast, das wäre jetzt echt hilfreich. Shit! Mewtwo! Toggle, 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 Toggle. Toggle, ja. Ho, ho, ho. Ich bin dafür, wir teilen uns den Champion Platz. Teil. Team Rocket. Für diesen klorreichen Sieg nur teilen. Nur teilen. Ja, für diesen klorreichen Sieg teilen wir uns das. Ich will noch eins rausschicken, aber die sind alle tot. Was hältst du von teilen? Ich habe den Trainer-Champion-Kampf und du hast den Mega-Super-Ultra-Legendary-Kampf gewonnen. Ja, doch. Ich meine, Team Kroket auf dem Thron. Auf dem Kron? Ja, ja, ja. Da kann doch eigentlich nichts falsch sein. Ja, 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 ja. Wieso hast du eigentlich immer den scheiß Shiny-Badge in der Hand? Willst du mir damit irgendwas sagen? Wie shiny? Wieso shiny? Ja, ja. Ja. Wo ist er? Ja. Ja, doch. Einverstanden. Gut. So, da draußen ihr ganzen Pixelmon und Pokémon und Pixelmon und Pokémon-Trainer da, wisst ihr Bescheid, ja? Wir sind das Top-Team. Genau. Und wir werden zurückkommen. Irgendwann. In Staffel 3. So sieht's aus. Das betruten wir. Genau. Genau. Ja. Das heißt, jetzt ist es wirklich vorbei? Jetzt ist es wirklich, wirklich vorbei. Keine Sorge. Es kommt keine Geheimfolge, Überraschungsfolge mehr. Das ist wirklich die letzte. Ja. Ist wirklich, wirklich die letzte. Und wirklich nochmal vielen, vielen Dank für euer Durchhaltevermögen. Ja. Da draußen an dem Bildschirm. Weil es gab ja nicht nur das eine Problem manchmal mit den zeitlichen Aufnahmen. Ich glaube, allein an den Trainerkämpfen, jetzt haben wir schon irgendwie drei Monate oder so aufgenommen. Ja, das wird alles sehr, sehr lange dauern. Immer mal wieder. Es hat super lange gedauert. Sehr, sehr lange gedauert. Es hat aber auch andererseits super viel Spaß gemacht. Ja. Und Pixelmon ist auch dank euch da draußen immer wieder eine schöne Erfahrung. Ja. Deswegen vielen, vielen Dank für euer großartiges Durchhaltevermögen, für euren Support und für euer... Unterbricht dir einfach meinen Satz mit... Ich hatte dir unterbrochen. Ich hab's untermalt. Okay, weißt du was? Moderier du ab. Ich hab's untermalt. Warte, ich muss es ganz heilen. Okay. Was du denkst, du hast... Oh, fuck. Wo willst du denn jetzt hin? Oh, zum Start. Das ist doch ein schöner Platz, um sich zu verabschieden, oder? Du denkst, du hast ein nerviges Pokémon. Yeah. Okay, ich glaube, diese Verabschiedung hat sich gerade einfach sehr seltsam missverwandelt. Okay, nein. Nein, es hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Und ob wir Schlurp und die ganzen Kreische-Pokémon und vor allem das Buh nächste Season dann auch wieder treffen, das werden wir irgendwann erfahren. Wir wissen auch nicht, wann. Wir wissen aber, dass es ein Wann irgendwann mal geben wird. Genau. Wir warten, glaube ich, gerade so ein bisschen darauf, dass Pixel mal ein bisschen stabiler wird. Genau. Und dann müssen wir uns ein schönes Konzept einfallen lassen. Genau. Und so weiter und so fort. Aber das kriegt ihr dann alles mit, keine Sorge. Genau. Und wer diese Map nochmal spielen möchte, der sagt so, boah, ich möchte mir die Map mal angucken und so weiter. Ihr findet es in der Videobeschreibung, unten den Link zum Download. Und da gibt es auch ein paar Geheimnisse, die hier verbaut sind, die wir jetzt nicht gezeigt haben. Ja. Und so weiter und so fort. Kosser, es war mir wie immer eine Ehre mit Ihnen. Mir auch. War mir große Ehre. Vorbei. Ich freue mich auf nächstes Mal. Vorbei. Ich freue mich wirklich. Vorbei. Ja. Vorbei. Oh, warte, das kann ich auch machen. Das kann ich auch machen. Aber nicht mit dem Nerv-Ding. Nicht mit dem Nerv-Ding? Das... Ne, ich gehe nur, ich gehe Requaza. Achso, du meinst mit... Ja, okay. Also, doch. Also, ganz... Seetang. Wer sich noch an die erste Staffel erinnert, ne, Seetang, Seetang ist... Himmelsspam. Seetang, der Himmelsspam damals. Ja, der Quaserspam war geil. Genau, wir gehen jetzt mal in eine andere Welt, ein paar anderen Spielern die Welt versauen mit Requazerspam. Genau. Das lieben wir. Und so weiter und so fort. Wir sehen uns aber trotzdem dann mit Sicherheit irgendwann wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.